Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily, heute am 22. Mai 2020. Ihr hört die Nummer 823 und heute mit den folgenden Themen. YouTube, CarPlay, Civilization, Sex, Update und Rollstuhl. Ich beginne mit YouTube. Da gibt es schon seit einem Weilchen die Möglichkeit unter Android und iOS. Mithilfe der Bildschirmzeit festzulegen, wenn man Pausen einlegen sollte zwischen den Filmen, weil jeder kennt es wahrscheinlich von uns. Man will sich einen YouTube-Film anschauen, dann kommt da sowas Schönes, so eine Empfehlung für ein weiteres Video und dann noch eins und noch eins. Und es ist schon 3, 4 Uhr morgens. Gut, dann kommt die neue Geek Talk Daily. Von dem her passt das wieder. Scherz beiseite. Und da hat jetzt YouTube nachgelegt, nämlich neu kann man jetzt auch eine Erinnerung eingeben für ins Bett gehen. Da kommt YouTube und meldet sich dann via Push, du solltest langsam ins Bett. Finde ich grundlegend nicht mal so verkehrt und werde ich bei mir auf jeden Fall aktivieren. Dann auch aus dem Hause Google gibt es ein Update für die Google Podcasts App. Also den Podcatcher aus dem Hause Google, der es ja seit einem Weilchen noch nicht so lange auch für iOS gibt. Der ist da schon in der Version 2.0 erhältlich und da gibt es jetzt endlich ein Update. Man kann jetzt Apple CarPlay damit nutzen. Somit wird das Autofahren nicht nur komfortabler, wenn man auf den Podcatcher setzt, sondern auch sicherer. Wer sich übrigens auf der Suche machen möchte nach einem geeigneten neuen Podcatcher oder eine Alternative dazu, podcatcher.ca, Hashtag Werbung in eigener Sache. Da findet ihr eine Übersichtsseite zu den ganzen Titeln. Werde ich natürlich verlinken, respektive zu den ganzen Apps hierfür. Weiter geht es mit einem Spiel, nachdem Epic Games Grand Theft Auto in der fünften Version freigegeben hat und zwar kostenlos, kommt jetzt das nächste dazu. Civilization in der Version 6 gibt es auch kostenlos zum Downloaden und auch sonst einige Spiele für deutlich weniger Geld. Wer also mag, sollte da zugreifen. Dann gibt es von Signify ein Update oder eben noch nicht ganz, denn eigentlich hätte es ja schon Ende Jahr da sein sollen, dann Anfangsjahr, dann Frühling, dann April irgendwas so rum und vom April wurde es in den Sommer verschoben und anscheinend kommt der Sommer näher. Bei Signify ist man aktuell am Promomaterial zusammenschrauben. Es könnte sein, dass das nächste Update für die HDMI Syncbox jetzt endlich kommt. Ich habe hier schon mal davon gesprochen. Damit soll unter anderem auch HDR Dolby Vision Funktionen mit einfließen, die ganze Möglichkeit über die Universalfernbedienung via Infrarot zu bedienen und die drei Sprachassistenten, die da dazukommen. Dann werde ich meinen Teil auch wieder auspacken, weil das macht dann definitiv mehr Sinn, wenn ich nur noch dem Sprachassistenten meiner aktuellen Wahl sagen kann, dass ihr die Box starten soll. Zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten aus dem Hause Google. Google Maps ist ja eine sehr beliebte Möglichkeit, um Dinge zu planen im Voraus und Dinge planen im Voraus müssen vor allem auch Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen, denn man hat einiges zu beachten. In der Schweiz kann man zum Beispiel schauen, wo es Fahrstühle gibt, die zugänglich sind. Ich glaube, ich bin ganz sicher, in Deutschland auch und so weiter. Solche Dinge sind sehr, sehr wichtig und mehr solche Informationen sollen jetzt auch bei Google Maps ausgerollt werden. Die sogenannten zugänglichen Orte wie Sitzplätze, Toiletten, Parkplätze, die extra barrierefrei gehalten sind, solche Dinge sollen in Zukunft mehr kommen. Leider aber erst in Australien, Japan und Grossbritannien, sowie natürlich in den Vereinigten Staaten. Ich hoffe, da folgt schnell und noch viel schneller auch Deutschland, Österreich und Schweiz dazu. Das war es mit den heutigen Nachrichten, die ich für euch habe zusammensuchen können. Euch für diejenigen, die die Brücke machen, einen schönen Brückentag. Für alle anderen, die arbeiten dürfen, einen schönen Arbeitstag. Und wenn alles noch einigermassen klappt, gibt es morgen noch eine Sendung, da ich diese Woche erst am Dienstag angefangen habe. Versteigt euch nicht drauf. Es könnte sein, nehmt es als Bonus in dem Sinn. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.